Sie hören Das kleine Friesencafé von Janne Mommsen, gelesen von Sabine Kark, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Der altersschwache Diesel des Triebwagens heulte laut auf. Dann rollte die Kleinbahn aus dem Bahnhof Nibel heraus. Hark Paulsen saß im Großraumwagen, alleine, an seinem Lieblingsplatz am Tisch, in Fahrtrichtung links, mit viel Platz für die Beine. Vor seinem Fenster zog die weite Landschaft vorbei. Die Sonne stand hoch am knallblauen Himmel und brachte die sattgrünen Wiesen und Weiden zum Leuchten. Der mächtige Seedeich in ein paar Kilometern Entfernung war die einzige Erhebung weit und breit. Auf seiner Krone graste eine Schafherde. Es wehte ein kräftiger Ostwind. Alles sah aus wie ein perfekter Hochsommernachmittag. Aber nicht für ihn. Dieses Wetter passte ihm ganz und gar nicht. Für heute hätte er sich einen Orkan mit Graupelschauern gewünscht, der die See mit schaumigen, haushohen Brechern aufpeitschte. Oben im Gepäckfach lag sein kleiner Rollkoffer mit den neuen Anziehsachen. Darüber hatte er seine sorgsam gefaltete Dienstkleidung gelegt. Hark kaufte nicht gerne ein. Aber heute war es mal wieder fällig gewesen. Er hatte in Husum zwei Paar Schuhe, vier Hosen und fünf neue Hemden besorgt. Damit war die Klamottenfrage erst mal wieder für ein paar Jahre geklärt. Geschmeichelt hatte er von der Verkäuferin vernommen, dass sich seine Konfektionsgröße nicht verändert hatte. Okay, er war nicht gerade dünn. Aber sie hatte ihn immer noch schlank genannt. Und das mit 67. Ohne dass er viel dafür tat. Damit konnte er zufrieden sein. Nach 20 Minuten passierte der Zug die schmale Durchfahrt im Seedeich und hielt auf der Mole von Dagebüll. Hark schnappte sich seinen Koffer und trat auf den Bahnsteig. Sofort schlug ihm der salzige Seewind ins Gesicht. Er blinzelte in die Sonne und atmete tief ein. Eigentlich sollte die Flut längst da sein, aber der Meeresboden war lediglich mit einer hauchdünnen Wasserschicht bedeckt. Darin spiegelte sich der blaue Himmel mit seinen Schäfchenwolken. Ein paar Seemeilen vor ihm lag die Insel Föhr. Die erste Hausreihe der Wiegerpromenade war zu erkennen. Davor leuchtete der helle Strand, während sich links davon der kilometerlange Deich erstreckte. Als er die Norder Aue auf den Hafen zukommen sah, schnürte es ihm den Hals zu. Die weiße Autofähre mit dem dicken schwarzen Streifen war noch ungefähr eine Viertel Seemeile entfernt. Behutsam arbeitete sie sich im flachen Wasser durch die ausgebaggerte Fahrrinne zum Anleger vor. Mit jedem Meter, den sie näher kam, wurde sein Brustkorb schwerer. Irgendwann ist es für jeden soweit, Hark Paulsen, ermahnte er sich. Wieso solltest du da eine Ausnahme sein? Also reiß dich zusammen. Ein Sturm wäre für ihn leichter zu nehmen gewesen. Damit kannte er sich aus. Eins war klar. Wenn er die Überfahrt nach Föhr hinter sich hatte, würde er sich erst mal eine Woche in seinem Haus einschließen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Das war beschlossene Sache. Er passierte die Absperrung zum Seiteneinstieg und nickte der Kassiererin zu. Moin Karin, grüßte er. Moin Captain Paulsen. Nachdem die Norderauel angelegt hatte, kamen ihm die Passagiere von der Fähre entgegen. Ein paar Insulaner kannte er. Man nickte sich zu. Manchmal kam ein knappes Moin. Hark kämpfte sich gegen den Menschenstrom hoch an Bord. Er hoffte, dass ihm niemand ansah, wie elend er sich fühlte. Die letzte Fahrt. Wie das schon klang. So etwas schrieb man in Traueranzeigen, wenn ein Seemann verstorben war. Er hat seine letzte Fahrt angetreten. Hark verstand nicht, warum er in Pension gehen sollte. Er war gesund, kompetent und erfahren, hatte an Bord alles im Griff. Und der Job brachte ihm Spaß. Aber die Reederei bestand darauf. Eigentlich sollte er schon letzte Woche aufgehört haben. Aber ein Kollege hatte ihn gebeten, heute nochmal für ihn einzuspringen. Hark ging.